Hallo liebe Leute, wir haben es euch versprochen und hier kommt es jetzt auch, unsere Diskussion zu diesem ganzen Valentina-Jahn-Drama von der letzten Woche. Wer ist da draußen? Wir wissen, dass das jetzt schon ein paar Tage liegt, das möchte ich gleich zuallererst sagen, bevor sich hier wieder Kommentare häufen. Es hat aber late to the party. Äh, sind wir nicht. Nein, wir wollten ja alles eigentlich erstmal beobachten und haben beschlossen, jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man auch mal ein bisschen drüber sprechen kann, zu dem, was einem dort so serviert wurde. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir die ganzen Punkte, die passiert sind, die von allen Seiten irgendwie in der Story geteilt wurden oder sonst wie, dass wir die einordnen und bewerten. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel, aber wir wollen vielleicht einfach mal drauf gucken auf die Sache, um zu sagen, wie stehen wir zu dem ganzen Aspekt, dass das so in die Öffentlichkeit posaunt wird, wie, was tut es für die Karrieren, die dort Teil der Diskussion sind und in welche Richtung könnte sich das eigentlich alles noch entwickeln, wenn man nur so als Zuschauer mal alles so ein bisschen beobachtet. So ist das. Wir wollen uns die Timeline, wir wollen uns da aber auch nicht zu lange aufhalten. Ja, also es wird jetzt hier nicht, die Diskussion wird nicht darum gehen, dass wir Beweise sammeln für eine Glaubhaftigkeit oder eben nicht. Ja, also Valentina und Can. Es war vorletzte Woche Samstag, dass Valentina mit dem Post in ihrer Story meinte, sie hat sich endgültig von Can getrennt und es war lange überfällig. Das war jetzt direkt nach den Dreharbeiten von Germany Shore. So, er hat sich ja dann auch per Story dazu geäußert und allerdings in den Raum geworfen, dass sie ihn während Dreharbeiten betrogen haben soll, da müsste es sie eigentlich um Germany Shore handeln. Ja, 100 Prozent. Können wir einfach mal grundlegend davon ausgehen. Ja, ja, eigentlich schon, brauchen wir jetzt. Er hat dann gesagt, sie habe in der Show mit ihm Schluss gemacht. Und dann hatte sie sich ja noch eine kleine Auszeit weiterhin nach den Dreharbeiten auf der Insel gegönnt mit wahrscheinlich Damien Weiß. Der auch im Cast dieses Jahr sein soll. Genau, und das finde ich so wild. Also wer die Familie gar nicht kennt, die waren eigentlich immer so wie, naja, so eine Art Reactor bei Mein Kind, Dein Kind. Und da hast du immer so Familien, die dann halt immer noch zu Hause auf der Couch sitzen und dann auch nochmal so gewisse Sachen einordnen und eine Meinung zu abgeben. Und ich habe das Gefühl, ich kenne den seit er zehn ist. Es wird wahrscheinlich auch so sein, oder? So ein bisschen. Also der Junge ist 21 Jahre alt, der war vor kurzem noch Kind. Also wenn die, wir machen das bestimmt schon zehn Jahre, oder? Jetzt mal ganz frech aus dem Fenster gelehnt. Man könnte jetzt alles googeln, aber es soll ja auch nicht um die Familie gehen. Jedenfalls ist der Teil des Casts und sie taucht auf alle Fälle in seinem Zusammenhang auf, indem sie ihn in einer Story hatte nach dem Dreh. Und ja, vermutlich ist er die Person, mit der Can betrogen wurde. So, und dazu sagt ja aber Valentina Folgendes, und zwar, dass sie eben ihn nicht betrogen hat, sondern vorher Schluss gemacht hat. Can sagt ja auch noch in seinem ersten Statement, dass die Produktion ihn hat einfliegen lassen irgendwie. Ja. Naja, das wird ja entweder so gemacht bei Germany Shore, oder dann mit einem Anruf oder so. Ja. Hatten wir ja alles schon mal. Und Valentina war ja damals auch ganz bestürzt bei der ersten Germany Shore Staffel. Damals hieß es noch. Reality Shore. Reality Shore. Als es Jessica Fiorini war. Ja, die ja eigentlich gar nicht so richtig was gemacht hat, außer so ein Flirt mit ein bisschen emotionaler Annäherung, wo dann gleich die Freundin draußen informiert wurde, nachdem Valentina rausgeschmissen wurde. Wo ich mich auch immer noch frage, warum ist sie nicht auch einfach draußen geblieben? Aber dann hätten wir ja halt auch nichts zu quatschen. Und ja, da ist mir gerade, jetzt wo du das gesagt hast, es wird ja sonst so gemacht. Ich habe Geordie Shore, ja, Geordie Shore geguckt, Staffel 1 und hänge jetzt in Staffel 2. Und es ist ja nur lol, weil es so Ewigkeiten her ist. Und dort ist ja nach, in der ersten Folge sagt eine, ja, ich musste meinen Freund betrügen. Ich konnte nicht anders. Ihr habt alle irgendwie miteinander gekuschelt, da hatte ich auch Bedarf. Und die so, Alter, wir sind seit drei Stunden in der Villa. Und dann laden die den Freund so ein und klären das. Und du denkst ja, das ist ja Kulturgut, Kulturgold. Und jetzt haben wir wahrscheinlich einfach die neue Situation in der heutigen Zeit. Und wir gucken ja ganz anders drauf. Ich habe gerade so überlegt, das gab es ja in den Formaten wirklich immer so. Und ich habe auch darüber nachgedacht, als ich das so aufgeschrieben habe, dass sie halt meinte, sie habe vorher Schluss gemacht, bevor irgendwas lief. Es ist halt so eine Auslegungssache. Und irgendwie stößt es mir gerade bei Valentina eben auf, da sie sonst immer so super, super, super korrekt mit allem sein möchte. Und da ja trotzdem irgendeine Form der Annäherung stattgefunden haben muss. Dass sie überhaupt auf die Idee kommt, Schluss zu machen? Ja, oder? Also so ist es in meinem Kopf. Bis zu diesem Zeitpunkt. Es passt halt bis dahin auch irgendwie nicht so richtig zusammen, weil ja beide auch gesagt haben, hä, bevor sie da hingeflogen ist, war alles gut. Wir haben von Kindern gesprochen. Das sagt er. Aber was hat sie gesagt? Dass es nicht gut lief, vorher schon nie. Denn wir dürfen nie vergessen, im April haben die beiden sich ja auch schon mal getrennt gehabt. Da hat sie alle Pärchenbilder gelöscht. Und Can hat auch sein Instagram-Account eingestellt gehabt, so wie sie es ja schon im Sommerhaus angekündigt hatte. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht zwei Wochen später oder so, haben sie gesagt, ja, wieder liebes Comeback. Das war im Mai. Ja, also Krisen war eigentlich schon angekündigt. Naja, gut, die Auftritte, die vorher so stattgefunden haben, jetzt zum Beispiel beim Fame-Fighting-Challenger. Ja, da sind sie ja auch zusammen aufgetreten. Das kriegen sie denn schon immer noch ganz gut hin. Aber da waren auch zum Beispiel im letzten Jahr Gigi und Dana schon getrennt. Und das ist einem ja auch nicht aufgefallen. Oder eine Woche später waren sie auf alle Fälle getrennt. Und meiner Meinung nach kam es dann daraus, dass es eigentlich nur inszeniert war, dass die noch zusammen sind. Und also die kriegen schon die Präsenz ganz gut hin, weswegen ich auch gar nicht, ich bin in diesem ganzen Ding vollkommen meinungsfrei, was jetzt wirklich die Realität ist, weil ich gar nicht weiß, ob wir irgendwann wirklich die Realität erfahren werden. Oder ist es die Valentina-Realität? Ist es die Realität, die sie erfindet für die Öffentlichkeit? Dazu können wir ja jetzt... Ja, da kommen wir ja dann später eher auswertend dazu. Can hält sich auf alle Fälle relativ zurück. Und Valentina gibt sehr viele Informationen in ihren Statements, die sie so in die Welt sendet, ab. Wie zum Beispiel... Warte, 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 warte. Ich wollte noch dazu sagen, weil wir jetzt noch bei Germany Shore waren und Can halt ja angeblich dorthin bestellt wurde. Und dass sie sagt, sie habe ja vorher Schluss gemacht und dass er ihr da jetzt keine Vorwürfe machen braucht etc. pp. Wenn ihr Glück habt, ist... Jetzt kommt jetzt die Tage unsere Reaction auf Ex on the Beach Staffel 2 und ich meine, da sieht man auch, wie sie auf ihren Ex on the Beach Staffel 1 und da sieht man auch ihre Reaktion auf ihren Ex-Freund, dem sie nämlich vorwirft, der hatte direkt zwei Wochen später eine neue und wie ekelhaft das ist. Also scheißt der auf die zwei Jahre, die man vorher hatte. Menschen entwickeln sich weiter. Ich wollte das nur noch mal ein bisschen als Zitat mit reinbringen. Genau. So, und dann wissen wir... Ja, gut. Genau. Und dann kam ein Reel. Ich habe so ein bisschen die Chronologie in dem ganzen Geschehen verloren, weil ich die ganzen Unterstellungen, nenne ich es jetzt einfach mal, wir wissen ja nicht, was echt ist von ihr und seiner Aussagen. Ich kann die nicht so ganz einordnen. Also wenn ihr ein bisschen mehr Plan habt, dann übernehmt mal gerne. Ja, und Alena meint ja schon, dann kam ein Reel, was Valentina hochgeladen hat, wo halt am Anfang Teile von Jeans Statement drin waren und später kamen dann da auch Fotos, wo sie blaue Flecke hatte, wo sie blutig ist und so. Also richtig, das habe ich gesehen, weiß ich noch, und dachte, wow, 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 was geht denn jetzt ab? Ich habe mich richtig erschrocken, weil ich es gar nicht gecheckt habe, weil auch in diesem Reel und auch in der Caption jetzt nicht explizit drin stand, Can hat mir das angetan. Es steht aber, oder sie schrieb dazu, ich kann die ganzen Lügen nicht weiter auf mir sitzen lassen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe monatelang alles akzeptiert und mit mir machen lassen, was ja natürlich indirekt bedeuten soll. Can war das. Trotzdem ist sie auch ein Medienprofi. Ja, ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht will sie sich auch einfach rechtlich absichern. Egal, nochmal, ich möchte hier nicht mir ein Urteil bilden, was da jetzt stimmt oder nicht. Das kann man jetzt auch alles auslegen, warum sie das jetzt nicht direkt mit dem Fingerzeig so auf ihn bezogen hat, sage ich mal. Weil dann ja, das hat ja alles so noch krasser ins Rollen gebracht. Wir haben ja gedacht, okay, Trennung vorbei, jetzt gibt es ein bisschen Rosenkrieg in den Storys, machen wir mit, kennen wir alles. Und dann kommt hier so eine Bombe reingeflogen. Genau, also was ja dann trotzdem die Aussage beinhaltete, Can hat mich geschlagen. So, und das war aber, wie Tessa schon meinte, ohne diesen konkreten Vorwurf. Dann wurden natürlich ganz super schnell, auch bei uns im Postfach, die Stimmen laut mit Boxtraining, weil sie trainiert ja jetzt schon sehr lange. Ja. Weil es war bei diesem Reel, war alles dabei anwunden, von einem Oberschenkelblauen Fleck, den ich gefühlt manchmal habe nach einem Wochenende und gar nicht weiß, wo kommt denn das Ding jetzt her, von der ganze Mund ist blutig, dicke Lippe. Du siehst richtige Hand, flache Handabdrücke auf dem Rücken oder so. Und dann hat sie sich nochmal zu den Vorwürfen eben geäußert, dass das ja alles Boxtraining-Verletzungen wären und ist dann bei Fotos reingegangen auf Details. Hat gesagt, hier, das habe ich aber an dem und dem Parkplatz gemacht. Das ist sicherlich nicht beim Boxtraining gut. Sie hat dann auch selber nochmal gesagt, wie kann man denn überhaupt hier sowas sagen und bei so krassen Sachen mir jetzt hier unterstellen, dass das gelogen ist und so. Ja? Ja. Und dann kommt Jan's Statement. Jan hat, glaube ich, erst mal, hat sich nur einmal in seiner Story geäußert, also ein geschriebenes Statement gemacht. Ich wusste, ich habe mir mal ein bisschen einen Teil davon rauskopiert, ich wusste, dass nach einer Trennung versucht werden würde, mir mein Leben zur Hölle zu machen. Diese Ausmaße und diese anscheinend geplante, auf Lügen aufgebaute Kampagne kann und werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde versuchen, erst mal zu heilen. Also er will sie erst mal zurückziehen. Und finde ich auch erst mal gut. Ich hätte das jetzt nicht, was heißt so, um Gottes Willen, wir sind einfach nur Internetleute, die im Internet gucken. Aber ich wäre so, ich hätte jetzt keine Kraft, keinen Nerv dafür, dass Jan jetzt auch noch mal mit tausend anderen Statements so quasi ankommt. Aber da hört es ja auch noch nicht auf, das ganze Thema. Also bei mir ist dann als nächstes noch mal ein Statement von ihr aus der Dusche, wo ich dann auch mal so denke, das wirkt immer so random. Aber wahrscheinlich ist man einfach, wenn man das macht so, also in so einem Film und so unter Schock und Adrenalin und keine Ahnung was, dass man unter der Dusche überlegt, so was mache ich jetzt? Und dann raus, einfach schnell Handtuch drum und zack und los. Aber das waren schon immer ihre Storys aus dem Bad, wo sie am längsten und am intensivsten geschossen hat und in alle Richtungen so ungefähr. Genau, da ging es weiter eben einfach noch mal mit allen Richtungen und in diesen Storys sagt sie auch klipp und klar dann, dass sie geschlagen wurde. Danach kamen, sind noch... Jeden Tag. Jeden Tag, genau, habe ich auch, habe ich auch, genau, jeden Tag. Oh Gott, sorry, ohne Lachen. Ja. Dann ist ein Chat aufgetaucht von ihr und Laura Morante mit einem Auszug aus April, in dem sich Valentina da schon an Laura wendet und sagt, ja, er hat mich halt wieder geschlagen. Es ist halt ein WhatsApp-Chat, ne? Wir sagen, wir wissen jetzt nie, was daran fake ist oder echt. Es ist einfach nur das Ding, ist aufgetaucht. Und schon äußerte es sich zu diesem Zeitpunkt dann schon gar nicht mehr. ähm, dann ist letzte Woche noch ein Screenshot aufgetaucht bei Chiara Antonella in der Story. Warte mal ganz kurz. Wohl, kam, kam davor schon das mit den Nachbarn? Ach so, nee, scheiße, so. Das kam davor, ne? Mhm. Und dann mach ich jetzt nach. Laura Morante geht jetzt weiter mit den Nachbarn. Dann hat sie natürlich noch, ähm, Dann hat sie auch noch Screenshots mit Chats, WhatsApp-Chats von ihren Nachbarn geteilt, ähm, wo sie aber auch gesagt hat, eigentlich hat sie mit denen normalerweise gar keinen Kontakt. Und die haben sich dann auch ein bisschen ausgetauscht. Die haben ja alles mitbekommen, Leute, die unter ihr gewohnt haben. Ähm, hat sie natürlich auch öffentlich dann gepostet. Und dann Chiara Antonella. Genau. Also, what the fuck? Die teilte dann auch nochmal ein Screenshot, ähm, in ihrer Story von früheren Vorwürfen, in dem, äh, gesagt wird, dass Valentina wohl schon mal im Gefängnis, im Jugendknast. Jugendarrest. Jugendarrest war, weil sie ihrer Mutter genau das gleiche schon vorgeworfen hat. Häusliche Gewalt. So. Und das war eine Falschaussage. Das wurde vor Gericht wohl festgestellt und daraufhin musste sie wohl in den Jugendarrest. Woher diese Person das weiß? Das hat ihr jemand geschrieben, muss man dazu sagen. Ja, genau. Also, das hat Chiara bloß geteilt und nicht eigenständig gesagt. Aber es sind schon, ich hab das, also, ich glaube, ein, also, einmal diese DM da von Chiara Antonella und es hatte auch nochmal jemand als übelst langen Kommentar gepostet bei Insta-Cringe. Ähm, gut, ne, ist natürlich die Frage, man kann auch, wir könnten das jetzt auch als Kommentar posten und so tun. Und wir wüssten das, obwohl wir es bei Chiara in der Story gesehen haben. Ähm, es ist auf jeden Fall alles ganz, ganz krass und ganz verrückt. Und ich find's wirklich crazy, dass wir uns jetzt mittlerweile, also, dass wir uns in so nem Reality-Insta-Beef, wirklich in großen Anführungszeichen, befinden, dass es darum geht, dass wir hier Leute haben, die sagen, die sie der Lüge bezichtigen, dass dann rauskommt, dass sie sowas vielleicht auch wirklich schon mal in der Vergangenheit getan hat, wenn das der Fall ist, dass sein Leben damit auch ja irgendwo zerstört wird. Wenn er das aber getan hat, ist das, what the fuck? Also, das geht auch überhaupt nicht. Und da will ich auch nur nochmal daran, weil daran, das hab ich auch gelesen als Kommentar, wie Can, ja, in dieser Story von Maurice damals nach Famefighting, wo er Gigi, ähm, äh, besiegt hat, wo er gesagt hat, es hat ihn geil gemacht, wie das Blut aus der Nase gelaufen ist. So, also, wo ich da gedacht hab, okay, irgendwie ist der Typ auch nicht so richtig ohne. Sie teilte dann die letzten Tage, sie ist dann erstmal in Urlaub gefahren, mit einer Freundin, und teilte dann aber da auch immer nochmal jetzt Bilder, ähm, die jetzt nicht im Reel bereits waren, nochmal andere Bilder, wo du immer wieder flache Handabdrücke siehst. Und das sind definitiv keine Boxverletzungen, die du im Boxtraining hast, mit der flachen Hand, hinten auf dem Rücken, gegen die Schulter, auf dem Oberschenkel, und so weiter, und so fort. Sie hat da auch nochmal einen kleinen Mini-Screenshot mit einem, äh, mit, äh, Can, steht halt da, ähm, sie hat geschrieben, habe doch gesagt, tut mir leid, hab alles geputzt, und er hat geschrieben, Worte haben schlimmere Auswirkungen als Schläge. What the fuck? So, also, das mal an sich, wenn, kann man das ja mal normal so sagen. Finde ich, also finde ich aber so, was ist das für eine Aussage? Also da würde ich lieber, dass mir jemand was mit Worten an den Kopf knallt, als mir einen zu ballern. Naja, oder, äh, also, du könntest mich schlagen und deine Worte wären trotzdem schlimmer, so hätte ich gedacht. Ja, also, könnte man, könnte, also man kann alles in, in tausende Richtungen überinterpretieren, weil wir so weit entfernt davon sind, da irgendwie einen Nachweis für zu haben, den man wirklich jetzt mal handfest glauben kann. Aber es ist, aber wie crazy ist das, oder, dass wir uns jetzt mit, also, dass wir mittlerweile so weit sind, dass sowas, erst mal, dass das überhaupt für so eine breite Masse am Publikum dargeboten wird, sag ich mal, und dass wir uns überhaupt da befinden, dass wir hier sitzen, darüber sprechen und sagen, wir möchten gar nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Ja, weil wir haben nichts davon. Ich will auch erst mal noch direkt dazu sagen, so schwer einem das auch fällt, aber man muss jetzt in dem Fall irgendwie ihre Aussagen und Taten aus der Vergangenheit, das muss man differenziert davon betrachten. In dem Moment ist sie einfach nur ein Mensch, die jetzt damit an die Öffentlichkeit geht und wo das erst mal im Raum steht. Und da bin ich ja immer so, natürlich ist sie jetzt in dem Fall auch noch eine Frau. Es gibt natürlich vermehrt häusliche Gewalt an Frauen, aber eben auch an Männern. Und deswegen, davon halte ich ja sowieso schon mal gar nichts. da stößt man dann auch immer sauer auf, wenn man echt manche Kommentare da liest und ich denke mal so, ey, ich verstehe euch wirklich so sehr, dass ihr diese Person nicht mögt. Aber das hat hier gerade eigentlich nicht viel mit mögen oder nicht mögen zu tun. Weil ich kriege dann immer ganz schnell wieder so diese Vibes, sei es bei Rammstein oder anderen Sachen, dass eine Frau da ja wieder lügt und nur irgendwie was von dem Mann zerstören will oder sonst irgendwas. weil es gibt natürlich auch Personen, die sich für Valentina einsetzen, hat man gerade schon gesagt, Laura Morante. Gut, Mike Sieß, ganz ehrlich, will ich gar nicht aufzählen. Und dann noch Jacqueline Siemsen, also Jackie. Und die haben, glaube ich, auch nicht immer das beste Verhältnis, aber sie sagt doch einfach, dass nur mal von grob oben betrachtet und ganz grob, dass es total viel Mut braucht, mit sowas eigentlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, na klar. Ja, also, ja, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, ich habe dir die ganze Zeit noch so einen Punkt vor Augen, ich finde ja eigentlich immer ganz unterhaltsam, wenn Leute so untereinander oder also so ein Problem in die Öffentlichkeit tragen und so schießen und dann denke ich immer, ah, jetzt geht hier wieder Agro Berlin los und dann hier gibt es einen Track und da gibt es einen Track und aber irgendwie befinden wir uns ja jetzt so weit über die Grenze hinaus, dass wir ja wirklich über Straftaten urteilen müssten, wenn würden wir das jetzt machen wollen und da hört ja eigentlich schon längst die Unterhaltung auf, wie bei der letzten Diskussion, dass, da ging es ja um sexuelle Gewalt, die wir hier so geführt haben und da ist, ist das überhaupt noch Unterhaltung, dass man da, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen dazu was sagen oder wir wollen dazu was sagen, weil es so ein großes Thema ist in diesem Bereich, womit wir uns auseinandersetzen, ist eigentlich der erste Punkt, wo ich sagen würde, ich ziehe mich zurück, ich bin raus, also geht mich überhaupt nichts an und macht diese Scheiße hinter verschlossenen Türen. Macht das bitte mit Polizei und mit dem Gericht so aus. Ja, da hätte ich vielleicht noch eine kleine Frage für euch, da tue ich mir nämlich immer schwer, wenn wir die ganze Zeit unterhalten werden wollen in den Storys und mitbekommen wollen, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht und man mutmaßt ja manchmal, man orakelt hin und her, wie es sein könnte. Ist das dann was, also warum ist das der Punkt, wo man sagt, ich will es doch nicht mehr sehen? Ist es, was gehört das für euch in die Öffentlichkeit, die das jetzt so auszuschlachten oder wie würde man jetzt eigentlich gut damit umgehen? Würde man jetzt mal den Unterstellungen glauben und sagen, so ist die Realität, dann, also, habt ihr da eine Meinung zu? Habt ihr da ein Empfinden, wie man damit umgeht? Ich finde es auf jeden Fall auch too much und ich finde es so, wie es angefangen hat, da dachte ich, okay, yes, wo es hieß, ja, wir sind getrennt, wo er angefangen hat mit, sie hat mich in der Show betrogen und ich war dann da, da dachte ich, okay, auch ein bisschen geile Promo für Germany Show, haben wir ja hier auch gesprochen, heiß drauf, das zu sehen so mäßig und dann hat sie angefangen so mit, ey, so ein Arschloch, wenn, wenn ihr wüsstet, was quasi, wie er ist und so, ich könnte hier ganz krasse Sachen auspacken. Da ist bei mir dann so, war ich dann schon langsam bis zur Grenze, weil irgendwie dachte ich noch, okay, ja, also da ist scheinbar noch was, will ich auch irgendwo wissen, aber mich nervt auch immer dieses Angeteaser und dann ist ja aber die Bombe geplatzt und dann sage ich, nee, und hier hört es jetzt wirklich auf, weil das fühlt sich für mich, wenn ich das konsumiere, denke ich, das ist von mir unterlassene Hilfeleistung. Ich gucke das an, ich will es auch irgendwo wissen, weil es unser Job ist, aber ich denke mir, das ist überhaupt, das darf ich nicht wissen, da habe ich nichts mit zu tun und ich möchte auch nicht, das, ach, weiß ich nicht, aber ich weiß auch, ich will ja auch nicht, wenn jetzt jemand sowas macht, um dann irgendwie jetzt mal an Valentinas Stelle, wenn sie das jetzt veröffentlicht, um, weiß ich nicht, für sich, weiß ich nicht, gerade habe ich eigentlich irgendeinen Gedanken gehabt, der das in irgendeiner Form rechtfertigt, dass sie das quasi für sich irgendwie braucht oder keine Ahnung, man sich denkt, jetzt sollen die Leute wirklich mal wissen, wie er ist, weil ja auch viele geschrieben haben, Free John und so einen Scheiß, kann ich es irgendwo nachvollziehen, aber total krass, total krass, und dann verstehe ich, dass man vielleicht auch denkt, jetzt reicht es mir, Alter, ihr seid alle auf seiner Seite, ihr seid ja bescheuert, guck mal, wie es ist. Naja, und halt für einen selber, dass sie genau weiß, wenn sie jetzt diesen Schritt geht, gibt es auch wirklich kein Zurück mehr vom, ich lasse mich nochmal einlullen, so, und ansonsten bin ich genau wie bei Tessa, es gibt in allem, gibt es gewisse Stufen und Grenzen, so, und da gibt es eben auch Grenzen und das ist für mich dann nicht mehr Schlüsselloch, sondern das ist so für mich, ich bin dann schon mittendrin, statt nur dabei und das will ich nicht, weil es sich ganz, ganz falsch anfühlt, weil man automatisch, trotzdem, ob man möchte oder nicht, sich Sachen anhört von beiden Seiten und irgendein Gefühl und Geschmäckle entwickelt und das steht mir einfach nicht zu. Ja, man muss da in dem Zusammenhang vielleicht auch berücksichtigen, dass vorher die Dinge, die geteilt wurden, die haben wir auch nie als unterhaltsam beurteilt. Ja, das stimmt. Also eigentlich wurde da schon jedes Mal irgendwie eine Grenze überschritten mit, ach, mit Schießen, mit Meckern, sich Beschweren und hier eigentlich, wo wir immer sagen, was ist mit der Göre. Aber ich glaube, deshalb schockt es vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr, weil man es so gewohnt ist, dass Valentina immer aus einer Mücke einen Elefanten in den Storys gemacht hat, gefühlt ist, es war immer alles ganz schlimm, ganz schlimm und man hat sich immer gedacht, oh, jetzt hat sie wieder was zu meckern, so mäßig. Und es hat abgefuckt und dann kam jetzt das und hat sich gedacht, okay, Trennung, alles klar, da ist man scheiße drauf, ist bitter, okay. Und dann kommt jetzt so was Krasses plötzlich, so, dass man dann vielleicht noch mehr denkt, hä? so negativer Überraschungseffekt. Und es fällt einem jetzt natürlich auch schwer, das ist wie mit Vorwürfen gegen andere, ich sag jetzt mal, Leute, die man vielleicht auch wirklich richtig mag, also Superstars oder so, wenn man sagt, nein, wirklich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und jetzt haben wir ja hier auch noch diesen Einblick, weil der wurde dann auch mit reingebracht, weil das war Valentina, wo auch oft geschrieben wurde, und zwar Thema Sommerhaus und die Backpfeife von Gigi Anchan. Wie groß das Geschrei da war, direkt nach der Handlung, ne? Man ist direkt zum Arzt gegangen, man hat das da, ne, sich beweisen lassen, was da wo alles kaputt gegangen ist, Jochbeinprellung und so weiter und so fort. Und dass ihr dann halt gesagt wird, so, wie kannst denn du dann das jetzt so lange für dich behalten? Und Leute, sowas ist nicht rational, und sie sagt ja auch so, vor Liebe ist man blind, man ist irgendwie abhängig und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Valentina wird auch nie viele Freunde haben. Also es tut mir leid. Nee, glaube ich auch nicht. Und das, das, das sage ich jetzt auch einfach hier so frei raus und wenn das dann noch so ist, du bist noch so ein bisschen isoliert, der Partner ist so der Einzige, den du da hast. Und vielleicht auch so der Anker in irgendeiner Form. Genau, ich meine, wie oft war sie schon so todesverzweifelt, wenn er in den Mitternacht schon ein riesen Geschenk für sie hatte oder einen Blumenstrauß, da war ja auch schon gefühlt Blumen von der Tanke und Tee oder was auch immer es zum Geburtstag gab. Und da ist ja, also der ist ja wirklich bei ihr Main Character in allem gewesen und sogar neben ihr selbst. Und deswegen sollte man da vielleicht jetzt keine Schlüsse aus dem Sommerhaus ziehen. Trotzdem, sage ich euch auch ehrlich, habe ich auch ans Sommerhaus gedacht und so wie man Sean erlebt hat, wie man das für sich selber immer eingeordnet hat, war sie immer war sie immer die Schlimme und er derjenige, wo man so dachte, der ist ja auch nie dumm und der ist da eigentlich nie auf den Kopf gefallen und wie man sie auch im Sommerhaus erlebt hat, beide zusammen, fand ich auch, dass wir das erste Mal weibliche, toxische Züge gesehen hat. Weil sonst ist man immer schnell, der Mann ist toxisch und bei ihr hatte man aber, hatte ich zumindest das Gefühl, wir sehen hier auch mal. Wie zum Beispiel bei Gloria auch schon so eine Geschichte erzählt wurde. Ja, Elena und Mike eigentlich auch fast ein bisschen. Ja, aber so hast du aber trotzdem recht. Es sticht natürlich heraus, wenn die Frau dadurch in den Fokus rutscht und eigentlich, ja, ist das sowieso fraglich, wie ihre ganze Geschichte erzählt wird, weil sie ist ja in ihren Augen immer die, die alles richtig macht und ist aber in jeder Szene nur der schlimmere Part, sag ich mal, des Zusammenspiels und ja, man könnte sie wahrscheinlich jetzt von Grund auf analysieren, was charaktermäßig dort irgendwie so entstanden ist, dass man jetzt so dieses Endprodukt hat, diesen Charakter, wo man... Schiefgegangen, kannst du ja ruhig so sagen. Ich will das gar nicht beurteilen. Da ist bestimmt auch viel richtig gegangen, aber, also wir sehen ja nur das Produkt, was in die Öffentlichkeit geraten ist. Ja, macht sie ja, zumindest karrieretechnisch, hat sie ja bis hierhin irgendwie richtig gemacht, auch wenn das sich von uns keiner erklären kann, aber sie findet ja immer noch statt. Es kommt halt drauf an, wenn man das so betrachtet, ja, aber es kommt ja drauf an, worauf das aufgebaut ist. Negative Presse ist auch Presse. Ja, ja. Da frage ich mich, also ich habe hier ein paar Leitfragen aufgeschrieben, was denkt ihr denn, was ich so eine Produktionsfirma darunter verspricht, sie zu buchen? Ich frage mich jetzt, Hatewatch. das vierte Jahr, warum Germany schon was Leichtigkeit haben könnte, das Format? Hatewatch. Das ist also, die holen Valentin, einfach nur wegen Hatewatch und weil du weißt, und das sagt sie ja selber, das hat sie so oft schon selber gesagt, dass sie ganz genau weiß, weshalb sie gebucht wird. Und dass sie dann auch Leute einfach so lange provoziert, bis es knallt. In Formaten, wartet mal, ohne das hier aus dem Zusammenhang zu reißen, in Formaten. Und bei der ersten Germany Shore Staffel hätte man sogar noch Züge erkennen können zur ersten Ex on the Beach Staffel, weil da war sie eigentlich irgendwie menschlicher. Also nicht so Valentiner, wie man sie jetzt in den letzten Formaten dann nur noch erlebt hat. Aber ist es, würdet ihr, wenn ihr Caster seid oder Produktionschef, dort irgendwie so blind durch die Welt gehen, sag ich mal, dass man sagt, ich geb die Plattform noch? Ist es nicht eigentlich schon lange auserzählt? Checken wir irgendeinen Gedanken nicht? Ich weiß es nicht. Dass das jedes Mal wieder drauf angelegt wurde? Es geht nur um Klickzahlen, es geht nur um Quote, nur um Einschaltquote, weil ansonsten musst du dich das auch wirklich bei der letzten PG Staffel auch mit Mike Sieß fragen. Wahrscheinlich schon, ne? Und das ist dann einfach nur Einschaltquote. Und da kann man ja, also, das kann man ja niemanden anbinden jetzt, die Thematik, weil man steckt ja auch nicht drin und weiß gar nicht, wie wichtig so Einschaltzahlen sind und wie viel Geld verloren geht, wenn die nicht da sind oder sowas. Damit kennen wir uns ja leider nicht aus. Vielleicht bist du da in so einer Situation gefangen, dass du dann wirklich wieder auf Valentina zurückgreifen musst oder du musst auf eine Gloria zurückgreifen im Sommerhaus-Cast, weil du irgendwie, wenn du nicht mit positiven Dingen rechnen kannst, der Rest ist vielleicht einfach zu monoton, deswegen musst du auf Geschrei setzen. Das ist so ein bisschen die Frage, aber ja, also ich wollte bloß mal bei euch reinhorchen, ob ihr in der, also ob ihr mehr dahinter steht, hinter der Entscheidung, sie jedes Mal wieder zu nehmen oder ob man sich nicht doch auch irgendwie davor retten will, diese Geschichte weiterzuerzählen. Das wäre eigentlich ganz leicht. Ja, aber wir haben das ja schon ganz oft jetzt eigentlich in den letzten Wochen gesagt, dass wir an die Produktion appellieren, dass das einfach keine Art der Unterhaltung mehr für uns ist. Also geht der ganze Cast auch jetzt vom Sommerhaus. Es wird einfach nur eklig werden und das ist, das ist seit drei oder vier Staffeln ist das so und vorher gab es genügend Staffeln, wo das nicht so nur darauf ausgelegt war und das ist halt nervig. Man geht da schon mit so oder man weiß es nicht einer anderen Sache ran. Hält man das früher so Kiksen so? Naja, was heißt man weiß es nicht, aber irgendwie finde ich kriegen wir dann Warst du 2017 in der Sommerhausstaffel so drin, dass du weißt, ob die wirklich alle so vertretbar waren, die Entscheidung, die getroffen wurde oder war dort Elena Miras, dass man sie hätte auch schon canceln sollen. Eigentlich ist dort, also wenn es 2017 war, dann war es... Du wirst doch früher Matthias Mann-Japaner, du wirst auch das angucken und auch sagen, er war da eklig, aber wir haben ja auch gesagt, lieber sowas, wo es auch mal eklige Kommentare gibt, ja, aber kein gezieltes Mobbing von einem Paar oder einer Person bis hin zu, wir klatschen hier noch mehr Alkohol rein, damit die sich so vergessen und ausfällig werden, sich anspucken, handgreiflich werden oder 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 und darauf kann eine Produktion auf jeden Fall Einfluss haben. Ja, gut, das Sommerhaus ist sowieso ein scheiß Beispiel, da wollen sie es jedes Jahr sowieso volle Dröhnung wissen. Ich würde nochmal kurz zurück zu Valentina kommen, weil ja nun jetzt auch in der letzten Zeit oft das Gerede davon war, dass sie nirgendwo mehr genommen wird aufgrund dessen, ich meine, das habe ich glaube das letzte Mal schon gesagt, da hat sie uns auch kurz in ihrer Story gehabt, dass das Bullshit wäre, da sie ja irgendwie RTL dann verklagt hat oder angezeigt hat oder sonst irgendwas bezüglich dieser Backpfeife gegen Can und deswegen jetzt irgendwie nirgendwo mehr einen Fuß in die Tür kriegt, bla bla bla. Deswegen sagen jetzt halt viele, dass es komplett ihr Plan ist, in seinem Statement sagt Can ja auch auf Lügen aufgebaute Kampagne, die er nicht mehr auf sich sitzen lassen wird, vielleicht kommt da jetzt auch noch was und er will jetzt zukünftig in jedes Format gehen, was ihm angeboten wird. Auf jeden Fall glauben die Leute, dass das wirklich zu ihrem Plan gehört hat, ihn da so zu provozieren und in den Wahnsinn zu treiben und keine Ahnung sonst was, dass er diese Schritte gehen wird, um ihre Geschichte nochmal neu zu schreiben und da muss ich sagen, Leute, erstmal Wahnsinn. Dieser Gedanke ist schon Wahnsinn. Sind das jetzt Vermutungen oder ist das wirklich in Can's Statement so aufgetaucht? Nein, 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 Vermutungen. Vermutungen, aber Can's Statement ist, diese auf Lügen aufgebaute Kampagne kann und werde, werde ich nicht auf mir sitzen lassen. So und die Leute machen eben daraus, dass es wirklich komplett ihr Plan sein kann, da sie Leute so krass provozieren kann. Dann beobachtet sie das, weil sie selber genau weiß, wie glaubwürdig es ist, wenn du damit schon mit Sachen aus dem April kommst und so weiter und so fort. Ich muss trotzdem sagen, das ist alles wahnsinnig. Diese Gedanken zu haben, dass das ein Plan sein könnte, ist wahnsinnig. Und wenn jemand sich in den Wahnsinn treiben lässt und das die Reaktion darauf ist, jemanden zu schlagen, sorry, nein. Also das ist einfach keine Entschuldigung zu sagen, ja, die hat mich so krass provoziert. Nein. Ja, die Kampagne könnte auch sein, die Schläge haben nicht stattgefunden und ich bin, es war mir klar, dass wenn wir uns trennen, bin ich der Buhmann und das Boxtraining vorher, da wurde ganz genau fotografiert, das kann ja alles, hinter den Aussagen kann ja alles stehen. Ihm war schon, er kann ja auch sie vom Boxtraining abgeholt haben, sie blutet nochmal, was weiß ich, platzt ihr nochmal die Lippe auf und sie macht ein Foto und er sitzt daneben und er hat gar nichts damit zu tun. So kann ja auch schon die Kampagne sein, dass er jetzt sich eins und eins zusammenräumt. Das hat doch eine irre Kampagne. Na doch. Ach so. Das vorbereitet für, wenn irgendwas ist, liegen diese Bilder bereit und das hänge ich ihm an. Ja. So, das weiß man ja gar nicht, welche, inwiefern er auch involviert war, vielleicht und sich jetzt im Nachhinein eins und eins schon zusammenräumen kann, ach so wird die Geschichte jetzt erzählt und ich finde es aber eigentlich gut, dass man von ihm gar nicht so viel erfährt, dass er einfach nicht so viel streut, und was jetzt schon wieder Leute zum Munkeln bringt und er will nur das gerade stellen und hier und da, das ist ja alles noch in einem Rahmen, wo ich finde, das ist für die Verhältnisse, für ihn als Partner noch relativ human. Na, dafür das, also für das, was hier im Raum steht, ist das crazy, da nichts zu zu sagen. Es ist sicherlich auch die bessere Variante, aber ich, mir würde das sicherlich sehr schwer fallen, also er sagt ja indirekt, dass es fällt, dass die Vorwürfe nicht stimmen und wenn mir jemand sowas vorwirft und ich der Meinung bin, das stimmt nicht, also da würde ich ja austicken. So, aber da muss man natürlich auch Polizei einschalten und ich frage mich jetzt, kann man das denn überhaupt noch im Nachhinein nochmal jetzt irgendwie raus, also wie geht das denn da jetzt gerichtlich weiter? Also vorher noch, dass Melanie Thiele, die Ex-Managerin hier, wieder mitmischt noch und bei der Mutter, Gina, Virginia Weiss von Damien Weiss ja noch drunter kommentiert, von Mutter zu Mutter, wenn ihr nicht wollt, dass jemand das Leben eures Sohnes zerstört, seht zu, dass er Valentina ganz schnell los wird. Ich war ihre Managerin und weiß, wovon ich rede. Da gab es ja ganz früher, vor drei Jahren oder wann war das? Da ist die Frage, was diese Frau überhaupt zu melden hat an dieser Stelle und ob die irgendwie weiß, wie die Situation wirklich aussieht. Weil sich da auch andere gemeldet hatten zu ihrer Art von Management, da wurde oft auch Geld ausgezahlt. Also ich wollte nur nochmal hier für die Timeline sagen, das war jetzt auch noch ein Kommentar, aber zurück zur rechtlichen Seite. Müsste jetzt Valentina den Schritt gehen und ihn dann anzeigen, damit da ein Verfahren aufgemacht wird oder sagt Can aufgrund, dass es nicht stimmt und aufgrund von Verleumdung, ich zeige sie an? Beides, ich würde sagen, beides findet jetzt schon statt. Kann ich mir nicht vorstellen bei der Vorgeschichte, die wir schon so miterlebt haben mit Christine Okpara, wo es ja, also es war ja ein Furz dagegen, sagen wir mal einfach so und der Kaukmi wurde schon so riesig gezogen. Irgendwas im Zusammenhang mit Kappel-Challenge habe ich vergessen, aber echt harmlos. Und auch mit Vorgericht. Mit Vorgericht und das liegt hoffentlich schon in guten Händen, das ganze Thema, weil das, wenn das einfach so rausgeschossen wird in die Welt ohne eine Konsequenz, entweder, na gut, Can hat nie gesagt, das stimmt nicht, aber. Naja, hat zumindest gesagt, auf Lügen aufgebaut, das ganze Thema. Sie versucht mir jetzt mein Leben zuhören. Er enthält sich ja, er enthält sich in so einem gewissen Rahmen, aber irgendwer muss jetzt dafür eine Konsequenz bekommen. Can, wenn das stattgefunden hat, was Valentina sagt und Valentina, wenn sie lügt. Total. Und ich sag mal auch so, ich hab vorhin mal weitergedacht und ich flippe komplett und dann werde ich euch auch auf dem Sofa dafür in die Welt begleiten, wenn ich die beiden in irgendeinem Format, sei es prominent getrennt, Ex on the Beach oder sonst irgendwas. Es ist halt alles denkbar. Es wäre für mich so Wahnsinn, nachdem diese Vorwürfe stattgefunden haben, egal ob es stimmt oder nicht. Von beiden Seiten nehmen wir an, es stimmt nicht und Can macht das mit, mit ihr irgendwo hinzugehen und andersrum genauso. Und noch viel krasser, ich würde dann nie mit jemandem, der mich geschlagen hat, in ein Format gehen, in dem ich mir definitiv vertraglich das Bett teilen muss. Ja, das ist halt. Oder ich kann mir auch vorstellen, die kommen doch wieder zusammen. Also in der Kurve ist ja alles möglich und machen dann Temptation Island als Test. Schluss. Ganz schnell Schluss jetzt damit. Ich möchte auch, ich möchte auch eine Sache sagen, ich möchte, für mich wäre es auch ganz komisch, wenn wir jetzt, wenn das jetzt nicht gerichtlich abgeklärt wird, ob wir das jetzt das Ergebnis erfahren oder nicht, aber ich würde zumindest wissen, dass ein Gericht und die Polizei dort drin war und sich diesen Fall angeschaut hat. Wenn das jetzt einfach totgeschwiegen wird jetzt danach oder es geht die ganze Zeit weiter und ich sehe Can in irgendeiner anderen Show, möchte ich das auch nicht, weil das für mich auch ein komisches, also auch wenn ich selber für mich nicht einordnen kann. Ja, es müsste geklärt sein auf alle Fälle. Es muss nach außen hin. Ja, ich will irgendwas wissen, dass ich damit von höherer Instanz... Ja, aber was befriedigt uns, ist die Frage. Ich glaube, ich wäre schon zufrieden damit, wenn ich wirklich wüsste. Die waren vor Gericht und kein Plan, wie es ausgegangen ist, aber er muss nicht in den Knast. Ja, irgendwas. So reicht ja vielleicht schon. Wo ich weiß, okay, da hat sich jemand eingeschalten. Ja. Weiß ich nicht. Aber dann, also, wenn der Valentiner los wird und alles gerichtlich geklärt ist, dass man das Gefühl hat, keine Ahnung, irgendwer hat eine Konsequenz, es gab eine Geldstrafe oder was weiß ich, könnte ich bei Can sogar von Null anfangen. Kann ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig sagen. Weil ich glaube, das ist egal, inwiefern das geklärt wird, die werden das trotzdem, und wir werden beide in Formaten sehen, getrennt wahrscheinlich, die werden das trotzdem durchkauen. Es kommt ja dann auf den Schnitt drauf an, ob es drin bleibt oder nee, aber in Can würde darauf angesprochen werden, eine Valentina, wenn sie im Dschungel ist, das ist dann wieder Lagerfeuer, dann nachts ist dann ihre Time, das aufzudröseln. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht unter den Teppich gekehrt werden. Denkt ihr, also ich gebe es jetzt mal ganz, ganz einfach raus. Ich glaube, das ist das Ende von Valentina, sage ich jetzt einfach mal. Was sagt ihr dazu? Dazu kann ich nur sagen, dass Germany Shore TeilnehmerInnen auch der Meinung sind, dass was jetzt in dieser Staffel dort passiert sein soll mit Valentina und wie sie das da abgezogen hat, dass das ihr Ende sein soll. Okay. Und was sagt euer Empfinden zu der Intensität, mit der das ganze Thema jetzt irgendwie so raus in die Welt, ich finde, das ist alles so drüber, so wahllos solche Sachen gestreut, das ist, entweder gibt es eine Konsequenz, eine gerichtliche oder alle Beteiligten haben es jetzt mal begriffen, die Gesellschaft braucht eine Pause, sie braucht eine Pause, ihr wisst ja was, das kann man ja in tausend Sachen auslegen, warum das jetzt sinnvoll wäre, dort die Geschichte nicht mehr weiter zu erzählen und ich habe das Gefühl, das ist der Punkt. Aber wobei man ja sagen, sorry Tessa, wobei man ja sagen muss, dass jetzt vom Sommerhaus Ausstrahlung bis Germany Shore Dreh war ja Pause. Ich meine, ich rede nicht von Pause, ich rede von Ende. Achso, ja, 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 und wir haben sie ja trotzdem im November als Kämpferin, ob es jetzt Emmy Russ wird oder nee, aber das, meinst du, wenn gerichtlich was angezettet wird, kann ich mir vorstellen, das ist unklar, das findet alles nicht statt, da finde ich, ist bei Eugen und dem Team genug Sorgfalt zu unterstellen, dass dort nichts stattfindet. Naja, bei Mike zum Beispiel, das ist aufgecancelt. Ja, aber wenn es jetzt so, egal welches gerichtliches Ding es da gibt, wird gesagt werden von Famefighting, das hat nichts mit dem Sport zu tun. Darum kümmert sich das nicht und ansonsten ist die Person in einer guten psychischen Verfassung und meine persönliche Meinung ist auch nicht, dass das ihr Ende ist. Nein, geht einfach nochmal weiter, ist es vielleicht der Höhepunkt gerade mal oder ein Höhepunkt in diesem Jahr, meinst du? Ich glaube, wir könnten... Oder ist es für dich überhaupt ein Höhepunkt oder ist es normaler Alltag? Also kann man ja auch mal so sehen. Ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie auf einer Art einen Wendepunkt für Valentina dort darstellt. In welche Richtung? Naja, wenn das... Wie soll man das jetzt formulieren? Wenn es stimmt, ist es... Oh Gott, das hört sich ja so ekelhaft an. Kriegt man ein anderes Bild von ihr? So dieses immer hart sein, immer krass sein in diesen Formaten, bla 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 und dann passiert ihr leider sowas. Sie geht damit an die Öffentlichkeit und dann wird glaube ich drauf abgezählt, dass sie dann einfach in anderen Formaten nie nur noch die Krawallicke ist, sondern auch noch dieses Thema ausschlachtet wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Und wenn das gerichtlich geregelt wird und wir darüber aber nichts wissen, wie es jetzt ausgegangen ist, dann wird das trotzdem ein Wendepunkt für sie sein. Einfach, weil das jetzt da draußen ist in der Welt, diese ganzen Bilder. Okay. Ich kann es gerade nie besser verwörtlichen. Es macht sie irgendwie weicher, keine Ahnung. Das macht sie jetzt weicher. Na, dass ihr sowas passiert ist, ich weiß auch nicht, wie kann man das besser erklären? Gut, ich sehe das jetzt alles nicht mit so einer Intensität. Ich sehe das also so neutral, sage ich mal, wenn das so passiert ist, sehe ich da keine Entwicklung an ihren Charakter. Sehe ich auch keine Entwicklung bei mir, dass ich sage, sie wird dadurch ja nicht ein besserer Mensch. Für mich absolut gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen vielleicht jetzt dadurch sie anders sehen oder anders relaten oder überhaupt mal relaten können mit ihr oder, oder, oder. Also das aus der Sicht sehe ich, dass gerade bei mir macht das nichts anderes. Ich wünsche mir eigentlich nur, dass sie wirklich jetzt mal eine lange Pause macht. Von mir aus kann sie, was weiß ich, in drei Jahren nochmal wieder kommen. vielleicht, aber ich habe das Gefühl, ich weiß, sie sieht das ganz anders, aber, dass es vielleicht gut wäre, wenn sie sich wirklich mal irgendwie mit, vielleicht macht sie das ja auch, keine Ahnung, aber mit ihren Charakterzügen und mit ihrer Impulsivität und keine Ahnung, sich mal wirklich auseinandersetzt und mal guckt, wo kommt das her, weil ich glaube, man, manchmal sehe ich sie, ich hatte schon, ich weiß jetzt nicht mehr wann, aber ich hatte schon Momente, da habe ich sie angeguckt und gedacht, Maus, ich glaube, du könntest eigentlich eine ganz Süße sein, wenn du all das, was du hier gerade dir aufgebaut hast, was sie wahrscheinlich mittlerweile auch selber glaubt oder vielleicht ist sie auch mittlerweile so, diese, halt eben diese starke Tafel, sagt sie auch immer, ich bin Valentina Doronina, so, das einfach mal lassen und mal gucken, who, wer bist du wirklich? und dann geht's vielleicht, aber sie hat sich einfach seit Ex on the Beach wurde es ja mit jedem Mal irgendwie schlimmer und ich tue mich aber auch irgendwie schwer, ich weiß, unsere Leitfrage ist so ein bisschen, was, wie geht's jetzt weiter mit diesem ganzen, mit dieser Figur, Valentina, sag ich mal, irgendwie fühlt sich das für mich aber gerade ganz komisch an, weil irgendwie bin ich so, weiß ich nicht, hier stehen halt richtig krasse Vorwürfe im Raum und auch wenn ich für mich selber gar nicht weiß, wo ich da wie zu stehe in diesem ganzen Thema, bin ich so, irgendwie tut's mir auch leicht, jetzt sozusagen wie, das wird ihr Ende sein, weißt du, wie ich meine? Also ich fühl mich, also nicht, dass ich das jetzt hier abbrechen will, aber weil dieses ganze Thema so ungeklärt ist, fühl ich mich ganz so komisch. Ja, ist ja auch eine gute Erkenntnis daraus. Stellt euch mal vor, das stimmt nicht. Wow. Und dann, raste ich so krank aus oder dann ist das sowas von safe ihr Ende. Nee, das wäre für mich die schlimmste Kurve, wenn es nicht stimmt und sie wird trotzdem weiter gebucht. Das wäre worst case. Das wäre absolutes worst case, weil was du damit anderen, wirklichen Opfern von häuslicher Gewalt antust, die sich ja so schon immer, es wird sich ja so schon fast nie getraut, den Mund aufzumachen und wenn sie es machen, ist immer die erste Reaktion, ob das wirklich stimmt, Videobeweis bräuchte man. Und dann haben wir das und dann stimmt das nicht. Also ich meine, Empfinden sagt, also jetzt mal ohne, ich möchte das gar nicht werten, aber man hat ja so ein unbewusstes Empfinden, wie man dazu steht. Das soll überhaupt nichts, es sagt bestimmt was über mich aus, aber analysiert es einfach nicht weiter. Da ist vielleicht mal eine Backpfeife gefallen. Da könnte ein Foto von sein, aber 50 Prozent, kann ich mir vorstellen, sind vom Boxkampf. und das einfach alles in einen Topf geworfen. Und ich kann es gar nicht sehen, dass es 100 Prozent Bilder sind, die nach so einer Geschichte entstanden sind. Habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Ich habe immer nur in meinem Kopf gedacht, entweder alles richtig oder alles falsch. Ich bin total direkt so, ja, lass dort sicherlich mal irgendwie grob angefasst oder so, oder mal jetzt komm und dann hast du einen blauen Fleck am Arm. Also soll das alles nicht beschwichtigen, wissen wir alles, wie kritisch das ist. Aber das sagt mein Grundgefühl und ich glaube gerne alles, wenn es für irgendwas einen Nachweis gibt. Aber irgendwie, und das finde ich so kritisch aus der Möglichkeit den Elefanten gemacht, wie immer ihre Geschichte war. Laut, laut, laut. Und also deswegen sagt mir das mein Empfinden so. Mein Bauchgefühl hat mir, ich habe ja irgendwie am Anfang geglaubt und je länger ich drüber nachdenke, desto öfter kommt dann manchmal, naja, aber was ist wenn? Und dann denke ich immer, äh, äh, ich will das gar nicht. Also ich will mich aktiv dagegen sträuben, ihr nicht zu glauben. Aber irgendwas in mir ist auch so, was du sagst, aber was ist, wenn es wirklich nicht stimmt? Dann hast du ja geglaubt. Juckt ja kein, dass ich jetzt hier sage, ich habe ihr geglaubt, haha, siehst du Tessa, stimmt nicht so mäßig. Ist ja völlig egal. Aber mich erschreckt dann eigentlich viel mehr, also mein Bauchgefühl sagt, weiß ich nicht, irgendwie trotzdem möchte ich ihr gerne, ich möchte ihr gerne glauben. Sag ich mal so. Also möchte ihr gerne glauben, dass sie halt nicht einfach Lügen erzählt und so eine Scheiße hier rumposaun, weil das wäre für mich loko wie Sau. Und für mich ist es halt eher erschreckend, dass wir bei einer Person sind, die sich jetzt die letzten paar Jahre immer mal wieder so drüber und krass verhalten hat, dass man das in Frage stellt. So, ich meine, das haben wir ja eh auch schon öfter, dass wir sagen, es fängt ja bei den Trennungen schon an, was ja relativ harmlos ist, dass wir sagen, ob die Trennung echt ist. Und wir sind jetzt in 2024 hier, dass jemand solche Sachen postet und es im Raum steht, dass ihr Ex-Freund sie gewalttätig behandelt hat und wir hier sitzen oder viele und sagen, ich möchte ihr glauben, aber ich weiß nicht, ob ich kann. Das ist so crazy und das hätte ich wirklich so, als wir damit angefangen haben, denkt ja natürlich keiner dran. Aber es hat so ein Gewicht, so ein extremes Gewicht, was man sich gar nicht anhängt, das hängt man sich an sein eigenes Bein, wenn man jetzt irgendwie meinungsmäßig da mitmischt in den Bereichen weiterhin. Es hat Schwere auf alle Fälle. Und ich finde, was ich die ganze Zeit noch hochholen wollte, was Erik Sindermann zu uns beim Famefighting-Interview gesagt hat über Valentina, Was war das nochmal? Dass das Problem ist, dass sie diesen erfundenen Mediencharakter zu ihrem echten gemacht, dass sie sich so verdorben hat damit. Ja. Also das ist auch nur eine Sichtweise von ihm, aber ich fand die Aussage so irgendwie relativ treffend. Aber du siehst, das ist doch so. Weil das ist das, was sie nach außen gibt, dass sie wirklich so ist. Und es ist doch aber so, sonst wären doch die Reaktionen nicht so. Na, wie kennen Sie ja... Warte kurz. Was heißt, dann wären die Reaktionen nicht so. Es ist grundsätzlich erstmal so, sorry to say, dass Frauen nicht geglaubt wird. Aber wenn wir da jetzt eine Jennifer 1 Iglesias hätten, würde es bestimmt anders aussehen von der Gewichtung der Kommentare als bei Valentina. Und ich hatte vorhin ja auch gesagt, bei jedem, ob man das will oder nicht, du hast irgendein Geschmäckle oder ein Bauchgefühl in dir drin. Und bei mir ist das aber, ich kann es jetzt gerade, wenn du mich jetzt fragst, glaube ich ja, glaube ich ja nicht, kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich so wirklich gar nie will. Aber mit jeder neuen Info und egal von welcher Seite die kommt, verändert sich das bei mir. Mit jeder neuen Sache. Das ist ja total normal. Und das ist so... Wie sagt man denn, wie ging denn dieser Spruch früher nicht getroffene Hunde bellen, sondern so, wer einmal lügt, den glaubt man nicht so. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil das sind, also egal auf welcher Seite ich geguckt habe, mindestens dreimal steht dieser Kommentar da, wer einmal lügt, da kannst du leider dir nichts von kaufen. Den glaubt man nicht. Und es ist ja auch vom Gericht das Letzte, woran man hält. Aber es ist ja so ein gesellschaftliches Ding. Das ist ja menschlich, dass wenn man einmal kein Vertrauen in der Person hatte, dass man es in der nächsten Situation wieder nicht hat. Und sie hat es ja über Jahre weiter aufgebaut. Entweder man feiert sie halt tot, des Todes über Jahre, oder es wird halt immer schlimmer. So, weil sie immer wieder irgendwas macht, wo man sich entweder denkt, es geht gar nicht. Also jetzt das mal nicht, meine In-Shows, wo man denkt, da hat sie sich total drüber benommen, wie letzte Germany-Show-Staffel, wo sie den Kuchen da runtergeschmissen hat, weil sie einfach keinen Bock hatte auf die Geburtstagsparty, von wem anders, wo ich gesagt habe, geht gar nicht, wieder einen Schritt weiter runter auf meiner Sympathieskala. Und andere vielleicht sagen, alter Boss-Queen. Ja, aber ich will auch nicht mehr ihre Scheiß-Stories, dann sehen zu jeder, naja, aber zu jedem neuen Cast von dem Format, wo sie vorher war, dass sie ja das auch so verinnerlicht hat, sie ist die Quoten-Queen. Weil dann andere aus der Sommerhaus- diesjährigen Glieder kamen und meinten, es war so krass und es ist so viel krasser als alle Staffeln zuvor. Das ist ein Satz, den ich sowieso nicht mehr hören kann. Wirklich, lasst es einfach. Aber wir sitzen jedes Mal und denken, ich kann es eigentlich nicht glauben, dass es getoppt wurde. Genau, ich wollte gerade sagen, so, ich denke das, ich höre das und denke so, lass es, fuck mich schon wieder ab. Und da zieht sie sich dann immer hin und sagt, naja, also, es ist halt keine Staffel mit Valentina, letztes Jahr war das Beste. Mit mir ist alles das Beste. Glaubt ihr, mit den Sachen, die wir jetzt so serviert bekommen haben, von beiden Seiten, wir sind irgendwie nah dran an der Realität und glaubt ihr, wir werden irgendwann mal die Realität erfahren? Oder? Ich glaube, das wirkt auch, also auf mich wirkt das alles so, alles, alles in allem wirkt auf mich ganz fernab der Realität, aber für mich, weißt du, also ich kann es mir in meinem Leben nicht vorstellen, dass sowas passiert. Thank God, möchte ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist für die schon auch irgendwo die Realität. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir von beiden Seiten hundertprozentig verarscht werden, ehrlich gesagt. gar nicht, ja, vielleicht gar nicht verarscht, aber, ja. Was willst du sagen? Was ist aufgebauscht, ist alles, oder was? Medienreif gemacht vielleicht das Thema, oder, also. Ich weiß nicht, ob das bei uns, also ob uns das vielleicht auch so, so bei ihr so krass vorkommt, weil sie halt seit Jahren immer irgendwelche Schlagzeilen, ähm, provoziert und auch ganz genau weiß, wie sowas, was die da zu tun hat. Ich meine, mittlerweile macht man einfach eine Insta-Story und dann hat man schon eine Schlagzeile, wenn die krass genug ist. Ähm, ja, es ist total schwierig und ich habe die ganze Zeit Angst, bei jedem Satz, den ich sage, denke ich, Mann, was ist, wenn das jetzt so rüberkommt, weil ich möchte wirklich nicht jetzt wegen der Kommentare oder wegen meiner Reputation, sondern weil ich wirklich nicht möchte, dass ich diejenige bin, die sagt, oh, hat sie sich alles ausgedacht, um Gottes Willen. Ich habe es zwar schon gesagt, aber ich will es noch mal sagen, ich will mir da wirklich kein festes Urteil bilden, dafür sind Polizei und Gericht da. Können wir ja nicht. Vielleicht möchte ich genau deswegen auf diese Frage auch hinaus, was, also, ja, wie könnte, oder, naja, eigentlich wollte ich es genau, habt ihr das Gefühl, wir werden irgendwann wissen, wie es war? Ich glaube, also, ich kann ja mal mit meiner Meinung, ja, ich denke, leider auch nein, es ist laut, 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 tausend Informationen, abflachen, keine Ahnung, am Ende ist niemand schlauer, außer es gibt, es gibt eine Konsequenz für irgendeine Partei, die in die Öffentlichkeit getragen wird, aber ich weiß nicht, sind es Erfahrungswerte, kein Bock auf Georgina und Kubi 2.0, nee, dass ich jetzt sage, Can ist Kubi, aber immer wieder zusammenkommen, dann wird hier wieder ein blaues Auge gepostet, und sowas, das, nein. haben wir auch tausend Details bekommen, wir wissen, die ein, zwei, drei Dinge, die sicherlich irgendwie passiert sein sollen, aber wir können uns, das große Ganze, können wir uns nicht zusammenreimen, wir wissen nicht, wie die Realität auch sah bei den zwei. Ich hab das schon wieder vergessen. Und das ist ja eigentlich wirklich ein ähnliches Geschehen, und ich glaube, man geht wieder, also nicht, dass es befriedigend wäre, würden wir jetzt alles wissen, jedes Detail bekommen, aber es ist ja manchmal so, man ist ja, wenn man so im Ungewissen tapst, ist es einfach ein schlechtes Gefühl, es wäre einfach für uns auch ein schönes Gefühl, wenn man denn mal weiß, wie es wirklich war. Ja, ja, gerade bei den beiden muss ich das wirklich sagen, halt hinblickend auf zukünftige Shows. Also fürs grundsätzliche Gefühl muss ich, glaube, wirklich wissen, was da war, also wie dann auch das Gerichtliche ausgegangen ist. Weil wenn ich sonst dann bei I2VIP sehe oder so nächstes Jahr, und ich eben das nicht weiß, genau, dann möchte ich nicht. Das ist für mich, es gibt mir kein gutes Gefühl. Kann ich dann leider auch nicht genießen. Ich weiß nicht, würdet ihr gerne wollen, wenn ihr euch das aussuchen könntet, eilen sich in die Akten, was ist wirklich, wie genau passiert? Würdet ihr das auch gerne wissen? Nee. Ich wisse, was ich jetzt noch denke. Du schon, ne? Du ja. Dokumentiert RDR 2. Die dokumentieren das Gericht. Doch, ich finde, ich bin dann so, ich bin dann scheiße neugierig, leider. Weil dir kickt wieder was. Naja, das und, weil ich so, ich will wissen, wie es kam. Mir reicht dann nicht, es wurde geschlagen, ich brauche das Szenario, Szenario darum. Okay. Okay. Für meine vollständige Einordnung für mich selbst. Okay. Gut. Ja, ich will einfach nur das Endergebnis wissen. Ich muss nicht wissen, was, wie, wann, wo passiert ist. Erzählt mir Lena dann. Glaubt ihr, wir erfahren das? Nee. Also, glaubt ihr gar nichts? Naja, ich könnte mir halt vorstellen, dass dann wieder, also ich könnte mir halt vorstellen, angenommen, es gibt dann irgendwann ein Urteil, das werden wir dann mitbekommen und dann wird es sicherlich Statements von beider Seiten aus geben, wie sie das Ganze einordnen, aber dann weiß ich wieder nicht, wem ich davon glaube, weil ich der Meinung bin, die werden das dann anders kommunizieren. Und Valentina war ja auch bei diesen letzten gerichtlichen Sachen mit Christine Opara, hat sie sich immer nicht so, zumindest im Vergleich zu Christine, hat sie sich nicht so ausführlich dazu geäußert, sondern immer nur so, naja, für mich war es ein Gewinn. Dann sagt Christine wieder, hä, du hast halt verloren. Ja. Das ist halt, ja. Mir fällt aber gerade noch ein, dass es, dass man, also das, wenn Jarden jetzt schon länger in der Öffentlichkeit gestanden hätte, auch von sich aus viele so Storys, keine Ahnung gemacht hätte und man den jetzt so ein bisschen, weil ich kenne den nicht. Ich habe mit ihm irgendwie, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann mir kein Bild richtig von dem machen. So. Und deshalb glaube ich, weil er halt so unbekannt ist, gibt es vielleicht auch so viele Leute, die sagen, na, den muss ich ja glauben, den kenne ich ja gar nicht. Aber wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist es ja auch ein Arschloch. Weißt du? Ich habe mal, also dieses Maurice Reel nach Famefighting, also was Maurice hochgeladen hat, wo er meinte, wie der geblütet hat, hat mich richtig schockiert. Das hat mich echt erschrocken. Was ist er denn für einer? Beim Sommerhaus ging's. Dann war noch mal irgendwas, wo die zusammen, so ein Intro von denen, war das vor dem Sommerhaus, wo die zusammen dann eine Waffe gegessen haben. Ja. Da fand ich ihn, also da fand ich sie scheiße und ihn fand ich aber auch irgendwie da kacke. Sie sagt ja auch, er hätte sie die ganze Zeit mit allem runtergemacht. Ja genau und das hat man da, glaube ich, hatte man da schon so ein Geschmäckle für bekommen. So und dass ich manchmal denke, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr Einblicke in ihn hätte, würde vielleicht das auch wieder ganz anders aussehen, wem die Leute, ich weiß jetzt ja auch gar nicht, wie die Mehrheit ist. Ich habe das Gefühl, die Mehrheit spricht sie ja ab. Keine Ahnung. Wäre das vielleicht auch anders verteilt. So eigentlich wächst da gerade so dieses Ding in mir so, dass ich den nochmal irgendwo einmal sehen muss einzeln und ich sage so krank Promi-Bebe. Also Ato wird nächstes Jahr, Leute. Promi-Bebe. Mann Alter, wir sprechen hier gerade davon, wo dieser Mann sein will. Weil er bei Promi-Bebe ja schon seinen ersten Auftritt hatte mit der Verlobung mit Valentina damals. Oder einfach Can in den Dschungel geschickt. Ich kann es, so wie Honey damals bei von Gertem. Die machen aber Valentina einfach für die Story und um die anderen Camp-Teilnehmenden kaum vorzustellen. Lass mal, ich werfe Sachen in den Raum, ihr sagt eine Prozentzahl, wie realistisch ihr das findet. Valentina in Dschungel? 95 Prozent. Dieses Jahr? Oder nächstes? Nächstes. Es ist noch nächstes Jahr in Dschungel. Also nicht nächste Staffel, für mich noch nicht die Staffel, die jetzt kommt. Na hä? Dschungel ist das nächste Mal. Ja, also nicht die nächste Staffel, sondern die danach. Ich sag die da drauf. Ich sag 2026. Ich sag die nächste. Dass die wieder zusammenkommen? Null. Wirklich null? Ich sag null. Ich bin bei 50. Okay. Ich sag null. Ich sag auch null. Weil wir dürfen... Nicht mal eines. Es ist so schwierig, weil mir auch gerade einfällt, dass er ja auch gesagt hat, dass es so schwierig war mit ihr Schluss zu machen, weil sie das nie akzeptieren wollte und da kickt er bei mir auch wieder erste Ex ohne Beach-Staffel. Der hat ja Baum einfach erfunden, dass er sie betrogen hat, weil sie vorher das auch nie akzeptieren wollte. Das ist so Wahnsinn für mich. Dass die ganze Beziehung inszeniert war? Null Prozent. Und 30. Auch null. Ach nee, warte mal. Dass alles von vorne bis hinten... Die hatten ja... Ja, stimmt. Das ist ja auch so komisch gewesen, wie die zusammengekommen sind. Weiß ich gar nicht mehr. Da sag ich 30. Er hat sie gebucht und dann große Liebe und... Aber dass von vornherein klar war, wir sind kein echtes Paar. Nee, klar nicht. Aber dass die Geschichte für die Öffentlichkeit erfunden wurde und naja, man... Vielleicht probieren wir es mal mit einer Beziehung oder was weiß ich. aber eigentlich das grundlegende Medienpräsenz das Ziel war. Nee, da bin ich lieber bei 100 Prozent Max Willschrei als bei Valentina tatsächlich. Und du? Lena ist bei null, ich bin bei 30. Ich bin bei 75, 80. Okay, krass. Ich kann dem Ganzen... Also bei dem Werdegang... Ich traue alles zu, beiden. Ich traue auch alles zu. Ich bin vielleicht auch nicht bei null. Ich kann mir schon vorstellen, dass Can schon auch noch dachte, die ist schon irgendwie in seinen Augen ganz hot. dann ist sie noch... Na, ich kann jetzt ja nur von seinen Augen sprechen. Na, du kannst nur von ihm sprechen. Du kannst auch sagen, wie hot du sie findest. Dann hat sie noch naja, eine gewisse Reichweite. Aber ich glaube, er wird trotzdem was auch an ihr gefunden haben. Weil ansonsten wärst du schon beim ersten Shitstorm, wärst du da weg gewesen und der hätte genügend Chancen gehabt. Ich gehe von null auf 15 Prozent. 15. Ich hab so ein bisschen an Claudia und Max gedacht. Claudia Obert und Max. Da weiß ich auch nicht. Wo man ja auch... Wir sind ja immer noch überzeugt. Quatsch. Und also genau so kannst du das ja auch inszenieren. Natürlich. Du kannst alles inszenieren. Du kannst alles inszenieren. Ich inszeniere ja auch, dass ich euch zwei mag. Spaß. Ich hatte aber noch eine Frage. Parat. Habt ihr noch eine? Nö. Nein? Du hast ja nicht so ein bisschen mal spekuliert. Ach so. Wie groß ist die Chance, dass das keinen Abbruch bringt an Valentinas Karriere, wenn das jetzt nicht geklärt wird, diese Lage? 50. Bin ich auch bei 50. Wisst ihr nicht? Also ihr seid so für und wieder? Also ich hab... Ich gehe vielleicht sogar eher auf 70. Für? dass ich nicht glaube, ich glaube zu 70 Prozent, dass es ihr keinen Abbruch tut. Es kommt natürlich jetzt drauf an, was ich interessant finde, sind diese Teilnehmenden der Show, die sagen, naja, was da passiert ist, das könnte ihr Ende sein, so mäßig. Darauf bin ich dann eher gespannt, aber die Sache, die jetzt gerade stattfindet... Aber das wurde halt gesagt, noch bevor rauskam, dass da in der Show betrogen wurde. Und wenn das jetzt, dann bist du vielleicht noch, weil du gerade da raus bist und sagst, oh mein Gott, das ist ja sowas von das Allerschlimmste. Leute, ich weiß nicht, wie viele Fremdgeher wir hier danach noch in Shows gesehen haben. Glaubt ihr, es bleibt bei Fremdgehen? Na, das ist halt die Frage, ob das das Ding ist, woraus... Es kann ja noch drei Kuchenaktionen gewesen sein und das, Das meine ich halt, es muss ja, wenn dann ist es, ist es nur diese Euphorie und das Adrenalin, was du noch hast, wenn du aus der Show kommst, dass du dann halt sagst, ey, ganz ehrlich, die hat null Prozent Chance, noch irgendwie weiter im TV stattzufinden nach dieser Staffel. Wenn es wirklich nur... Nur, wenn Betrug ist, dann glaube ich auch nicht, weil wie du sagst, ständig geht irgendwer, irgendwer, irgendwer hier fremd. So wie die da rauskommt und ready ist für alles, kann ich mir vorstellen, da wurde Geschichte geschrieben, aber so auf negativ. Also das, was uns keinen Spaß machen wird, aber sie denkt, sie hat Geschichte geschrieben. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel, also diese Staffel wird ganz viel Licht ins Dunkle bringen. Ich möchte noch nicht zu hohe Erwartungen haben. Aber, und ich finde es auch eigentlich schon wieder schade, dass das das Grundthema ist und wir jetzt gerade so irgendwie darauf enden, alter geil, so viele Böcke auf Germany Show, mal gucken, das wird nur... Ich werde es gucken müssen, aber ich habe KB. Ja, aber das, ich habe so Schiss, dass wir hier auch vom Thema wegkommen auf Invas Uni. Für mich, muss ich sagen, versaut Valentina das komplette Format. Es ist alles verpestet dadurch. Also ich habe die gesamte letzte Staffel nicht geguckt, obwohl ich, ich gucke das von allen anderen Ländern. Ich habe es geguckt und es hat auch keinen Spaß gemacht dann. Und das schiebe ich alles auf sie. Ja. Bin ich ganz, 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 ganz ehrlich leider an dieser Stelle. Kannst du ja auch, ist ja auch so. Eine Spekulation noch, das Ding ist geklärt. Mhm. Kein Knast, keine Ahnung was, irgendwer sagt, ja, ich habe das getan oder nee, ich habe gelogen oder hier und da. Wie groß seht ihr die Chance, dass Can Karriere alleine startet in dem Business? Boah. 75. Wenn er das wirklich will. Na, rechnet es mal mit einem. Er hat ja gesagt, er wird ab jetzt jedes Format mitnehmen, für was er angefragt wird. Ich bin so bei 45. Also ich bin gar nicht so krass. Echt auch. Weil ich ihn halt auch nicht so richtig kenne. Ich habe die Story nicht gesehen, die du jetzt gerade genannt hast. Und ich hätte eigentlich eher gedacht, er hat da nicht so Bock drauf. Ich dachte, er ist halt eher so ein so ein Selbstständiger. In Sommerhaus geschleppt. Der halt jetzt sagt, nee, ich habe hier meine Firma und keine Ahnung, ich will ein bisschen Online-Business machen. Ich könnte mir vorstellen, er macht so ein bisschen Insta. Reality weiß ich nicht. Aber ich lasse mich überraschen. Bin ich auch bei 45. Ansonsten irgendwie, falls ihr euch in so einer Beziehung befindet, falls ihr häusliche Gewalt erfahrt, erfahren habt oder mitbekommt, dass es jemand erfährt, gibt es ein Opfertelefon und zwar vom weißer-ring.de und das ist 116006. Ruf da an. Da könnt ihr euch melden. Ohne Vorwahl? Das steht nie da. Ich denke, ja. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch irgendwem anvertraut und da ein bisschen über den Schatten springt. Ich hoffe nicht, dass ihr euch in so einer Beziehung befindet. Ich hoffe wirklich, ich drücke euch die Daumen. Ja und nehmt gar nicht unsere Herangehensweise an diese Thematik jetzt bitte als Belichtungsschritte für eure Problematik. Nee, nee, nee. Sucht euch Hilfe, wenn Hilfe notwendig ist und vielleicht lieber erstmal Hilfe suchen, heißt ja nicht, dass direkt jemand in den Knast geht, nur weil man eine Frage hat. Seid ihr, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ihr zwei jetzt hier. Ich nicht. Ich bin gespannt, kann ich dazu sagen. Ich bin auch gespannt, wie tot mich das machen wird. Emotional, nervlich, wie auch immer. Diese ganze Thematik hat eine schwere, die finde ich weit weg entfernt von Spaß ist, aber da muss man sich auch mal mit auseinandersetzen. Deswegen haben wir hier auch so einen Diskussionsbereich, wo wir vielleicht mal ein bisschen Luft an uns, an unsere Köpfe lassen können. Ihr dürft gerne bitte in Austausch gehen mit uns. Eben den Karmis. Was sind eure Meinungen dazu, eure Tendenzen, Empfinden, genau generell. Ich würde mir wünschen, dass die Kommentare nicht zu hart sind, dass hier nicht irgendwie, keine Ahnung, gleich von irgendwas direkt ausgegangen wird oder dass es so als Fact ausgelegt wird, denn wir wissen, dass alles überhaupt nicht, wer da wie recht hat. Wir können es nur hoffen, dass wir es irgendwann erfahren werden. Der Mainpoint ist so, es geht hier um körperliche Gewalt und da muss man kurz irgendwie auch vergessen werden, wem sie widerfahren ist. Ja. Oh Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt auch irgendwie, wir haben natürlich auch super viele Nachrichten bekommen, wie wir dazu stehen. Ich hoffe, das hat jetzt auch eure Fragen irgendwie beantwortet. Ich weiß es überhaupt nicht. Mein Gehirn ist auch gerade komplett leer, ausgekotzt. Ich kann eigentlich gar nichts mehr sagen. Deshalb halte ich jetzt auch einen Rand. Wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ich will ja auch nie sagen, liken, teilen, kommentieren. Kann man alles machen. Kann man auch machen, aber ich fühle mich ganz weird. Ist trotzdem noch Arbeit, sagen wir es mal so. Sag du. Ich? Liken, teilen, kommentieren ist trotzdem erlaubt. Und auch die Glocke aktivieren ist erlaubt. Falls ihr unsere Meinungen dazu gut fandet, kann man ja auch mal sagen. Es muss ja nicht immer alles malig geredet werden. Wir gehen ja in Austausch, um den Leuten gefallen zu tun und mitgehangen, mitgefangen. Wer sich vorher mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der muss da jetzt auch mit. Und deswegen, wir leiden alle, Leute. Wir würden auch gerne was Schöneres haben. Eine Schwangerschaft, eine Hochzeit, ein Zusammenzug, ein neues Traumpaar am Reality-Himmel. Dafür sind wir auch offen. Aber da muss man ja nicht so ein großes Fass aufmachen, wie wir jetzt hier. Das nächste Traumpaar wird erstmal diskutiert von uns. So, das machen wir. Okay, Leute. Zeit, so wie ihr bleibt. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.